So, lassen Sie mich mal gucken, Emanation, das ist auf jeden Fall, ich markiere Ihnen da was im, also ich glaube zumindest, dass ich Ihnen was markieren kann, aber anscheinend nicht. Ansonsten schauen wir erstmal rum und eventuell finden wir einen auf dem Weg. Ich habe glaube ich etwas am Central Park gesehen, fahren Sie da mal hin. Was haben wir denn hier? Das scheint nicht unser Klientel zu sein. Okay, das sieht fast aus wie so ein Spieleladen. Ja, die jungen Wilden, da machen die ihre jungen Sachen. Tänze und Videoaufnahmen für die sozialen Medien. Ui. François. Taxi? Negativ. Das ging ja echt scheiße schnell, ey. Aber wo müssen Sie denn theoretisch hin? Ja, ab in die Stadt, Taxi. Ja, ich wusste schon immer, die Zukunft ist das Jahrhundert. Sir, wie ist Ihr Name? Äh, Kingsley, warum? Mr. Kingsley, Sie sind gerade in einem fremden Fahrzeug eingestiegen, wir könnten ja wer weiß was sein. Wie jetzt, wie jetzt, wie jetzt, wie jetzt, wie jetzt... Halt, stopp! Halten Sie sofort das Fahrzeug an. Rechts ran. Was fällt Ihnen eigentlich sicher ein, als Taxifahrer auszugeben? Wir sind kein Taxifahrer. Tun wir das wirklich, Mr. Kingsley? Ja. Ja, es scheint so. Wie? Also seid Ihr jetzt ein Taxi oder nicht? Ich bin ein bisschen verrückt. Wir sind kein Taxi, Mr. Kingsley. Also seid Ihr Bedrüger? Negativ. Das ist auch nicht korrekt, diese Schlussfolgerungen sind aber sehr interessant. Machen Sie ruhig weiter. Also sind Sie Hochstapler? Auch das nicht, aber wir... Alter, was seid Ihr denn jetzt so ein Fickmensch? Also muss doch irgendwas sein, also das ist... Ach, das ist schon wieder... Das übersteigt meine köpfliche Gedanken. Kriegen Sie es hin, die Tür von innen aufzumachen, Mr. Kingsley? Ja, natürlich. Na dann... Jetzt muss ich da wieder hochlaufen. Also es wäre schön, wenn Sie mich wenigstens wieder hochfahren würden. Mr. Kingsley, wir können... Das ist ein Elektrofahrzeug, die haben keinen rückwärtsgang. Ich wiege über zwei Zentner, also was... Das ist doch... Also das ist doch jetzt hier wirklich... Tun Sie was für Ihre Gesundheit. Schönen Abend noch. Das nächste Mal schließen Sie das Auto ab. Wie? Na, ich wollte noch einmal freundlich sein. Der hätte auch Messer ziehen können und Sie abstechen können. Touché. Das ist Amerika. Ja, ich habe mich noch nicht so wirklich dran gewöhnt, sagen wir es so. Das ist nicht... In Europa kann man nicht mit... In Europa kann man das vielleicht noch machen. Einen Finger raus an einer unbeleuchteten Straße. Irgendjemanden mitnehmen. Aber in Amerika... Werden Sie erschossen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wollen Sie erschossen werden wie? Negativ. Dann hören Sie auf damit hier. Verstanden. Warum mache ich das denn jetzt hier so süßlich im Auto? Hat Herr Hawkins vielleicht was vergessen? Ich glaube, das kam von unserem ungebetenen Gast. Oder so. Ah ja. So, irgendwo jetzt hier die nächste Straße links. Vorne, da muss irgendwo ein Immunation sein. Ah, perfekt. Ah ja, hier. Drehbier. Sehr schön. Gut, schauen wir mal, ob die hier offen haben. Ah, Schießpulver. Okay. Springmesser. Taschenlampe. Eine Handfeuerpistole. Ist das neun Millimeter oder 5,7 x 28 Millimeter, Monsieur? Neun Millimeter. Okay. Dann nochmal eine kleine Version. Und nochmal. Messer. Ja. Seitdem die diese, seitdem Amerika angefangen hat, die Produktion zu outsourcen und wir alles importieren, sind die Preise aber ganz schön hochgegangen. Hohe Hilfe, eine Pistole. Was kostet eine Pistole, Monsieur? 4.000. Naja. Das ist bei mir in Frankreich trotzdem günstiger. Naja. Das sollte aber auch kein Problem sein. So. Haben Sie auch die Munition dazu? Oder kommt die mit? Im Paket. Ah ja. Gut. Okay. Dann schauen wir mal. Ne. Die kommen nicht im Paket mit. Ja, wo kriegen wir die denn jetzt her? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo kriegen wir denn jetzt die Munition her? Das weiß ich tatsächlich nicht. Müssen wir vielleicht mal bei einer der Polizei nachfragen? Vielleicht wissen die was oder haben wir es für uns vorrätig? Vielleicht gibt es hier noch einen separaten Händler. Guten Abend. Guten Abend. Ah ja. Das ist doch... Ich stelle mich mal an. Ah ja. 50. Geben Sie mir zwei Packungen mit. Ach, Sie nehmen hier keine Karte, aber Ihr Kollege schon. Das gibt es ja gar nicht. Der nimmt keine Karte hier. Haben wir irgendwo einen Automaten hier? Sagen Sie mal, Sie nehmen Karte, aber Ihr Kollege da hinten nicht. Gut. Dann holen wir mal Geld, würde ich sagen. Ja, vielleicht gibt es hinten noch einen Automaten. Ich habe den nicht richtig gesehen unter Umständen. Ne. Toll. Treppier. Naja. Wissen wir für das nächste Mal. Ja, und da können Sie auch eine Angel kaufen. Haben Sie gesehen? Ui. Tja. Ich glaube, am Stadtpark gab es nochmal einen Automaten. Ui. Direkt da vorne ist eine Fliegerbank, glaube ich. Hier rechts. Genau. Perfekt. Halten Sie kurz an. So. Also Waffen sind wirklich ziemlich teuer. Ui. Okay. Aber hat vielleicht am Ende auch ein bisschen Vorteile, dass nicht jeder so einfach an Waffen kommt. Was meinen Sie damit? Na ja. Nicht jeder weiß. Soll ich mit einer Waffe umzugehen. Ach, da kommen Sie wieder mit Ihrem klein karierten europäischen Verstand. Amerika funktioniert. Amerika funktioniert anders. Wie? Wir haben hier die Freiheit geschaffen. Und das haben wir nicht geschaffen, indem wir uns zurückgehalten haben, um irgendwie zu sagen, ja niemand darf Waffen haben. Das haben wir uns hart erarbeitet. Ich meine, gucken Sie in die Statistiken. Tadellos. Blitze blank. Blitze blank. Das weiß doch jeder. Guten Tag. Ja, zwei Packungen bitte. Mein Gott. Die Munition ist aber auch recht teurer. Ui. So, ich würde mal kurz auf den Schießstand und mich ein bisschen... Natürlich. Holy shit, die Sounds sind ja anders. Toll. Gut. Funktioniert. Hervorragend. Und legen Sie sich ein Kartengerät zu. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn, wenn man gerade mal kein Bargeld hat und unbedingt die Waffe für zu Hause nachladen muss? Stellen Sie sich das mal vor. Ja, dann sitzt man, wenn es blöd läuft... Auf dem Trockenen. Ja, genau. Katastroph. Wie Sie zu sagen pflegen würden. Katastroph. So, wo darf es denn als nächstes hingehen? Wissen Sie, ist da schon. Also, wir haben eine Waffe. Wir haben unsere Rechte. Haben Sie sich schon auch munitioniert? No, das habe ich vergessen. Das war... Blöd. Wie, dann... Ich muss nochmal Geld holen. Z, Z, wie ich zu sagen pflege. Ziemlich zügig. Wait. Wait. Ich warte im Auto auf Sie. Wait. Okay. Ammunition call. Hahaha. Hahaha. Sehr gut. Wie, wenn Sie jetzt... Sie werden fast in diesen Polizeibeamten reingefahren. Ist Ihnen schon klar, ja? Ui. Aber was nicht passiert ist, ist nicht passiert. Gut. Ich warte auf Sie. Oh, ich kenne das Leid. Schüsse am Stadtpark! Schüsse am Stadtpark! Nee, es ist nur Scheiß-Immunation. Bleiben Sie mal ruhig. Genau. Und wenn ihr was seht, dann lieber Verstärkung an. Ja. Aber es steht in unseren Gesetzen. Das Schießen auf den Schießanlagen ist explizit erlaubt. In der Stadt. Wenn man das außerhalb der Schießstände in der Stadt macht, dann kostet das bis zu 9000 Dollar. Wurde schon jemand erschossen oder verhaftet? Ich glaube, erschossen nicht, verhaftet schon. Was wollten die Beamten denn hier? Äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich vermute, sie haben irgendeine Meldung bekommen bezüglich Schüssen. Aber sie waren ja auf der Schießbahn. Korrekt. So wie es im Gesetz auch verankert ist. Achso, ja, der nächste Stopp. Hm. Lassen Sie mich mal kurz in die dazu vorgesehene App schauen. Wir haben... Wissen Sie, wie das mit den Waffenscheinen aussieht? Ja. Okay. Wie sieht es da denn aus? Es gibt keine Waffenscheine. Okay. Ja, hervorragend. Wir sind Amerikaner. Ja, we. Ja, ich lebe noch so ein bisschen in Europa. Naja, ich werde mich, denke ich, in nächster Zeit dran gewöhnen. Lassen Sie uns mal die Rangers Station dazu besuchen. Die ist unterhalb des Sandy Shore Flugfelds bei Gran Senora Desert. Ich markiere es Ihnen mal. Genau, da ist es schon. Wie keine Waffenscheine. Ich habe alle Waffenscheine abgeschafft. Zum jetzigen Zeitpunkt, Chat, gibt es keine Begrenzung für jede Art von Waffen. Es gibt keine Waffenscheine. Es gibt ein Paragraphen. So, mal gucken, was unser kleines Elektroauto hier dann... Ich konzentriere mich ganz kurz auf die Gesetze in der App. Ich will die nochmal durchlesen. Natürlich, machen Sie das. Denn in unseren Gesetzen steht drin, ne? Auch Kriegsgeräte, es gibt alles. Du kannst dir, wenn du jetzt einen Raketenwerfer finden würdest beispielsweise, könntest du ihn abfahren. So, das einzige, was zu Waffen gestehen wird, ist, zur Wahrung und Verteidigung dieser Grundrechte steht jedem Bürger von San Andreas das Recht auf eine Bewaffnung zu. Bei wiederholten, groben Verstößen gegen die Rechtsordnung und Handeln gegen die verfassungsmäßige Grundordnung kann ein Richter dieses Recht einschränken. Das steht in der Constitution und im Criminal Code steht dazu... Moment, ich muss kurz gucken. Ich glaube, das steht nicht hier. Hier Schusswaffen... Also, ich weiß nicht, warum das hier drin steht. Eigentlich sollte es nicht hier drin stehen. Ihr seht, alles mit Waffen ist draußen. Ne? Das ist... Es gibt auch kein... Es gibt nichts von dem ganzen Kram. Das hier sollte eigentlich nicht existieren. Ich mach mal kurz ein Screenshot davon. So. Das sind die alten Dinger, die sollten eigentlich hier gar nicht drin sein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Führen einer Waffe vollkommen cool. Okay, da sind wir. Ah ja, bleiben Sie mal hier stehen. Schönen guten Abend! Mein Name ist Mountcastle. Hallo, ich bin der Chief Justice. Ich wollte mir mal hier oben Ihre Ranger Station angucken. Oh, herzlich willkommen. Äh, sind zur Zeit nicht sehr viele von uns da. Ich glaube, nur ich. Aber Sie können sehr gerne einmal reinkommen. Ist das Ihre Dienstkleidung, die Sie hier tragen? Das ist meine Dienstkleidung, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja, da kommen Sie rein. Ich gehe mal davon aus, ich muss Sie nicht nach einem Ausweis fragen, ne? Äh, ich kann Ihnen meinen Ausweis trotzdem zeigen, wenn Sie möchten. Einfach zur Sicherheit. Dann haben Sie die, haben Sie die Sachen eingehalten. Verstehen Sie? Ja, natürlich. Dienstausweis, sehr schön. Blake Mountcastle. Korrekt. Ein wunderschöner Name. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Von mir auch noch einmal. Von mir auch noch einmal, dass Sie sich versichern können, dass ich Mitarbeiter des Department of Justice bin. Aber sehr gerne. Monsieur Victor Viong? Viong, richtig, ja. Viong, oh, wunderschöner Name. Gut, die Ehren, dann kommen Sie bitte einmal kurz zu mir. Ich gebe Ihnen eine kleine Führung. Sie haben jetzt einen französischen Akzent? Ja. Da halten Sie sich ja einfach so rein, sagen Sie, ja? Nein, 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 wenn ich nervös bin, kriege ich den immer. Aui. Kommen Sie ursprünglich aus Frankreich? Ausweis auch sehen. Nein, 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 alles gut. Wie war Ihr Name? Warten Sie. François. Ach, Sie sind Franzose? Nein. Ach so. Ich dachte schon, Sie sind auch Franzose. Nein. Das ist doch Franzose. François-Ignace-Arz. Arz. 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 Mit einem stummen Arz. 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 Ja, genau. Bei mir ist das A nicht nur stumm, sondern nicht da, aber dafür habe ich sehr viel Arz. Sie sind also, Sie sind, Sie kommen wahrscheinlich, kommen Sie aus dem französischen Kanada, oder? Nein. Mein Papa kommt aus dem französischen Kanada, ich komme aus Texas. Und wenn ich nervös bin, verfalle ich immer wieder in diesen Dialekt. Oh mein Gott, Sie kommen, Sie sind in Texas aufgewachsen mit dem Dialekt? Ja. Wie? Da würde man sagen, mon dieu, oder? Oui. Oui. Ja gut, dann zeigen Sie mir ein kleines... Richtig. Aber ich werde gleich wieder ein bisschen beruhigt haben und dann... Mhm, mhm. Schön, schön. Wer hat hier oben die, ähm, die Führhand, Vorderhand? Kurt Chalert. 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 Mhm, mhm. 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 Aber viel gibt es hier nicht zu sehen. Es gibt hier unsere Kleiderschränke, unsere Gästequartiere. Ja. Und die Rezeption. Und Wasserspender, der ist wichtig. Was sind denn Ihre Hauptaufgaben hier oben, Mr. Arz? Unsere Hauptaufgaben sind alles, was mit dem Schutz der Menschen und der Natur zu tun hat, nicht wahr? Also, äh, das geht los bei Wassertrinkwasserqualität, äh, was dann wiederum auch für Agrarprodukte wichtig ist. Wir überprüfen also auch alles, äh, was damit zu tun hat, ähm, natürlich Naturschutz an sich. Sowohl, äh, Wildtiere als auch gealtene Tiere, ähm, ich überlege auch eine kleine Veterinärstation eventuell zu errichten. Mhm. Ähm, jeder von uns bis jetzt hat so seine persönliche Referenz. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel mehr für, für Pflanzen zuständig und für Bäume. Und ich bin auch, äh, jemand, der in der Lage ist, ich kann ganz gut, äh, was mit Wasser zu tun hat. Schwimmen kann ich gut. Mhm. Und, äh, Survival-Training. Das könnte man eventuell auch, äh, anbieten für, äh, in Zusammenarbeit mit dem Community-Center. War eine Überlegung von mir. Mhm. Aber da muss ich natürlich erst... Oh, kleinen Moment, ich kriege gerade einen Anruf. Herr Paukins? Die, wir sind nur Kusin, wo ich bin jetzt aus dem, aus der Pause wieder raus. Sie können also, wenn Sie mich noch brauchen, dann wieder im D-Hotel antreffen. Genau. Ich, äh, komme jetzt gleich nochmal zurück. Wir sind gerade oben bei der Ranger-Station und gucken uns hier gerade, gucken uns hier gerade die Räumlichkeiten an. Ah, okay. Ja, wir sind gleich wieder unten. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ah, ja. Und Sie kümmern sich also auch um Menschen hier oben? Wir kümmern uns selbstverständlich auch um Menschen. Wir nehmen natürlich den Sheriffs oder so die Arbeit nicht weg, aber, ähm... Ja, die gibt's ja nicht, die Sheriffs. Es gibt ja nur das Polizeidepartement, so wie ich das verstanden habe. Es ist, genau. Es ist im Prinzip ein Departement mit verschiedenen Sektionen und wir sind für den Naturschutz zuständig. Also vom Borg-Entgefähr, weil wir wissen ja, wie es... Also, ich meine, ich habe das gerade eben schon einmal erklärt. Wir fahren beispielsweise Elektroauto schon. Das finde ich sehr gut. Ich würde mir wünschen, dass es für uns so etwas auch geben würde. Ja, fangen Sie doch an. Das Department stellt doch kleine elektrische Caddies zur Verfügung. Ja, wie gesagt, das muss alles der Kollege Schaller machen. Weil das ist mein Vorgesetzter, der Schief. Schief Schaller, der einen Schief, ähm, Clark als Schief hat. Möglicherweise. Haben Sie denn hier oben überhaupt Ladesäulen für Elektrofahrzeuge? Nein, noch nicht. Ah, weh. Ich habe auch noch keine gesehen. Sie können das doch hier einfach mit der Solar, Sie können auch hier mit Solar arbeiten. Wir könnten mit Solar und mit Windkraft arbeiten. Wir überprüfen. Oh, mein Vorgesetzter ruft an. Sehr gut. Monsieur Schaller. Schaller. Ähm, Steini ist gerade irgendwo verschwunden und ich bin alleine hier, aber der Oberschief ist hier bei uns in der Ranger Station. Es wäre gut, wenn sie herkommen könnte. Oui. Nein, noch weiter oben. Sehr gut, bis gleich. Mein Chef ist gleich auf dem Weg, dem können Sie diese Fragen stellen und auch Vorschläge machen. Fantastisch. Aber grundsätzlich also, alles was mit Umwelt zu tun hat, betrifft am Ende auch den Menschen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man seine Natur und seine Umwelt zerstört. Das haben wir gesehen an der antiken Kultur auf den Osterinseln. Sie meinen die Azteken? Sie meinen die Azteken? Ja. 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 die auf ihren Burger landet, mit Tierfutter gefüttert wurde, das genmanipuliert und mit verklortem Wasser und mit Öl getränkten Böden verseucht gewesen ist. nicht? Ist die Kuh dann nicht einfach tot? Nein. Die ist noch giftig. Die Kuh wird giftig? Die Kuh würde giftig werden. Hm. Also deswegen, es ist kompliziert. Ich könnte einen stundenlangen Vortrag halten, inwieweit das eine in das andere eingreift. Aber Milch kommt nicht aus der Tüte, Strom kommt nicht aus der Dose und die Natur ist das, was der Mensch nachhaltig schützen und fördern muss. Mein Gott, da müssen wir ja den Fokus drauf legen. Weh. Nicht, dass ich mal in so eine giftige Kuh beiße. Weh. Gott. Machen Sie mal auf einer Skala von 1 bis Ex-Frau giftig. Wie giftig ist so eine Kuh dann? 12. Uff. Nein. Und Sie kennen meine Ex-Frau nicht? Und Sie kennen meine Ex-Frau auch nicht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir haben beide eine Ex-Frau. Die extrem giftig ist. Extrem? Extrem. Und bei der zweiten Ex-Frau? Ich habe nur eine. Ach. Anfänger. Gut. Na, ich bin noch jung. Naja, gut. Das kommt dann noch mit der Zeit, ja? Mit den Jahren. Naja, also, bevor ich wieder heirate, das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, dazu muss man erstmal eine vernünftige, passende Dame finden, nicht wahr? Ja. Also Sie sind jetzt noch, Sie sind noch, Sie sind erst geschieden? Äh, ich bin frisch getrennt. Oh. Mein Beileck. Ja, ich war zusammen mit Jenny. Das ist die Tochter von Benny. Den kennen Sie vielleicht, der hat einen Autohandel unten in Los Santos. Moment, Sie waren mit Jenny zusammen, der Tochter von Benny? Wie? Dem Laden? Also, oder dem Besitzer des Ladens? Wie? Was denn jetzt? Äh, der Vater ist der Besitzer von dem Laden. Ah, ich verstehe. Auf jeden Fall haben wir auch noch eine Oberetage, die würde ich Ihnen auch noch zeigen. Alles klar, machen Sie das. Dann kommen Sie bitte mit und folgen Sie mir unauffällig. Mhm. Also, wir haben gerade Waffen gekauft und die hatten da keinen Geldautomaten. Aber hier oben, am obersten Ende der Zivilisation, da haben Sie einen stehen. Natürlich, das ist wichtig. Okay. Wir sind, wir sind nicht am oberen Ende. Wir sind auf der Spitze der Zivilisation und wo wäre mehr da ohne eine Geldautomate, ne? Sagen Sie mal, stopfen Sie die, die Leoparden selber aus? Äh. Die, 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 was ist das? Das ist ein Kugar, ein Berglöwe. Kugar. Weh. Oh mein Gott. Wahnsinn. Riesig. Ja. Ich glaube, der wurde erworben auf www.kugar.de, aber ich bin mir nicht sicher. Das können Sie gerne einmal später ausprobieren. Mein Winet funktioniert zur Zeit nicht. Ich brauche auch noch Zugang zu meinen ganzen E-Mail-Adressen. Weh. Ich auch. Interessant. Ja, ich persönlich bin mehr für das Wildschwein zu haben. Das da drinnen hängt? Ist das nicht ein Girsch? Weh, nicht an der rechten Seite, Monsieur. Drinnen rechts hängt noch ein Wildschwein? Weh. Das kann ich so schlecht erkennen wegen dem... Ah. Ja. Es ist meinem Chef wie aus dem Gesicht geschnitten. Weißt du, Chef, dass Sie so über ihn denken? Oh, ich. Er weiß, dass er ein sehr gut aussehender junger Mann ist. Auch wenn er nicht mit mir wohnt. Ja. Wie viele Angestellte haben Sie hier oben? Wir sind zur Zeit vier Personen. Okay. Und ich habe gehört, es sollen auch nicht mehr werden. Vielleicht einer mehr, vielleicht einer weniger. Aber wir sind aktuell vier Personen. Und Sie decken das ganze County hier im Norden ab? Weh. Ich persönlich würde auch einen elektronischen U-Schrauber oder überhaupt ein fliegendes Gefährt sehr begrüßen. Auch für Brandschutz oder die Suche nach illegalen Farmen von illegalen Gewächsen. Farmen. Farmen. Sie meinen hier oben, dass irgendwas angepflanzt wird. Ja, genau. Ich bin ein Dachchen. Mann sollte Plecen jetzt gehen. Lachen. Gunsch, was guckd? Brot! Mr. Chalert! Warte! Moment mal, mein Ofen ist an! Ich glaube, er ist genauso nervös wie ich. Aber ich reiche mich jetzt zusammen, dann kann ich normal sprechen. Geht's denn nun, oder? Ah ja. Mr. Schaller. Tagchen, Mr. Chief. Sind Sie, ja. Blake Mountcastle, Chief Justice. Und mein Assistent, beziehungsweise Fahrer zum jetzigen Zeitpunkt, Mr. Viancu. Ich wollte den gerade schon in der Zelle sperren mit seinen schwarzen Klamotten und den schwarzen Handschuh und ich dachte, das ist ein Killer. Sicherheitspersonal. Sie wissen doch, wie es ist. Ja, verständlich, verständlich. Wichtige Personen brauchen auch Schutz. Ja, eigentlich wollte ich noch nicht selber fahren. Das kann ich auch verstehen. Da packen mir heute auch drei Leute eingestellt. Ich habe gerade Mr. Arz schon kennengelernt, den Sie hier oben beschäftigen. Absolut richtig. Der hat heute angefangen bei uns, Mr. Bonx war. Der wollte mir gerade sagen, wie viele Personen beschäftigen Sie schon? Drei Stück sind wir. Ich habe mir heute von Frau Clark natürlich Erlaubnis geholt, drei Leute einzustellen. Da müssen wir mal kicken, wer durchhält, wa? Und dabei handelt es sich ausschließlich um Ranger hier oben, ne? Absolut richtig. Und Ihre Hauptaufgaben, das hat mir Mr. Arz schon erklärt, das sind dann Wasserkontrolle, Personen, Tierschutz, Naturschutz, alles so. Ganz genau, ganz genau. Weil diese Sachen, die hier so anfallen, da kümmere ich mich drum. Sehr gut. Aufforstung und so weiter natürlich. Die wichtigen Sachen. Aber Clark sagt immer, das ist so eine politische Sache. Sie klingt dabei immer ein bisschen knurrig, aber naja. Sie meinen Chief Clark, ja? Ja, genau richtig. Sehr interessant, sehr interessant. Sie haben hier oben die Leitung, Charlotte? Ja, absolut richtig. Gut, dann würde ich mal kurz bitten, dass Mr. Arz und Mr. Vian Kuh kurz mal draußen warten. Natürlich. Das Besten. Und Sie wollen, setzen Sie sich, wa? Ja, nee, ich stehe kurz. Das ist schon okay. Stehen, ist gut, wir sind gerade hergefahren im Sitzen. Verstehe, ich verstehe. Sie sitzen, Sie stehen, tatsächlich. Ja, ja, ach so. Was schafft mir denn jetzt eigentlich die Ehre? Nein, ich will mich ja persönlich bei den einzelnen Abteilungen auch mal vorstellen. Ich habe von dem Chief Clark schon gehört, dass es so individuelle Teilbereiche gibt, die hier aber unterstellt sind. Und das mit dem Ranger-Bereich hat mich hier oben interessiert. Ah, oh ja, das ist ja gut. Was Sie hier so machen. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Wir haben ja bloß den eben Planeten. Naja, habe ich schon gehört. Ja, es ist, ich meine, wir fahren für unseren, wir tagen unseren Teil dazu bei. Wir haben sechs Elektrofahrzeuge gekauft und fahren die auch sehr wenig. Großartig, großartig. Sehr vorbildlich. Ich habe auch oft gestoppt, ich habe jetzt zwei Harleys gekauft noch. Schön. V6? V8? V4? V irgendwas. Gut, knattert. Gut, gut. Ja, kleiner Zylinder, sagen Sie. Absolut richtig. Okay, und ich würde mir auf jeden Fall einen Eindruck machen, wenn Sie vom Chief Justice irgendwas benötigen, Rechtsfragen haben im Umgang mit Naturschutz. Wir haben aktuell nichts bis gar nichts in den Gesetzen integriert. Das heißt, wenn Sie hier oben Probleme haben, dann müssen Sie das melden und am besten über Ihren Chief an uns herantragen. Alles klar, also alles über Chief Clark. Naja, das kriegen wir doch hin, das war kein Thema. Genau. Also das ist einfach nur wichtig, weil wir sonst unsere Gesetze nicht fein justieren können diesbezüglich. Ja, richtig. Und natürlich ist mir sehr wichtig, ihr setzt das treu zu handeln. Ihr werdet natürlich keine Kurzschlusssachen gemacht, einfach so. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil ich ja weiß, wie Clark zu Kurzschlusssachen steht. Absolut richtig. Da hält sie nämlich gar nichts von. Ne, da steht sie wie ich zu und bei jeglicher Überreaktion und missbräuchlichem Verhalten im Dienst würgen wir dann den Arbeitsvertrag des jeweiligen Beamten, bis er bewusstlos ist. Hm, haben Sie Kräftehände? Da müssen Sie meine Ex-Frau fragen. Ah ja, ich verstehe, ja, ja, ja. Ne, ist gut. Ne, ich kenne das auch, da achte ich schon drauf. Ich muss jetzt natürlich erstmal kicken, ich habe die nächsten Tage zu tun hier, die neuen Leute einzuarbeiten. Die Jungwäden, kann man nicht machen. Aber ist ja gut, ich habe eine Pfadfinderin hier eingestellt, die Frau Quinn, die hat ziemlich viele Abzeichen. Die kümmert sich so ein bisschen. Die wird erstmal die anderen ein und die ist erfahren. Fantastisch. Da war sie. Kanadierin. Naja. Gut, gut, gut. Gut, ich wollte mich nur vorstellen, wenn Sie Fragen haben diesbezüglich, dann wenden Sie sich bitte an die Hotline, beziehungsweise rufen Sie oder melden Sie das dann einfach über Chief Clark ab, ja? Selbstverständlich, machen wir so. Können Sie mir Ihren Namen nochmal sagen, der war nicht ganz so einfach. Blake Mountcastle. Ah ja doch, doch ja nicht so schwer. Blake Mountcastle, naja, kriegen wir hin, wa? Sehr gut. Danke Ihnen, Jara. Ja, großartig. Dann sind wir auch schon wieder los. Naja, bestens, wa? Lassen Sie ein bisschen auf draußen, die Treppe ist dunkel. Ja, ich werde das schon hinkriegen. Dankeschön. So. Wie, wir. Hoi. Oh, Entschuldigung. Moment, ich mach Platz. Dankeschön. So, wir brechen auf, vielen Dank für die Führung und schönen Abend noch, ja? Ja, einen schönen Abend. Hat man auch mal gesehen hier oben, ne? Ja, ist, äh, doch ein schönes Plätzchen. So, dann runter zum DOJ. Wie hat Ihnen die Beschleunigung gefallen? Wie sich's für ein Elektrofahrzeug gehört. Sehr gut. Wie ist Ihre Einschätzung zum, äh, Schaller und zu seinem Kollegen? Ähm, also sind auf den ersten Blick zwei sympathische, äh, nette Herren. Mhm. Aber mal schauen, wie sich, äh, die Zukunft ergibt. Äh, jetzt so spontan kann man das natürlich nicht sagen. Skeptisch bleiben. Wie? Skeptisch bleiben. Morgen 9.30 Uhr haben wir übrigens die Besprechung bei den Staatsanwälten. Das heißt, in dieser Zeit müssten Sie ungefähr verfügbar sein. Ich, äh, versuche es einzurechnen. Für den Fall. Nur damit Sie da schon mal von gehört haben. Ui. Klingt wirklich wie ne Mücke. Ah, wirklich wie ne Mücke. Ich dachte grad, okay, ist hier ne Mücke im... Oh, es ist wirklich das Auto. So, wisst ihr, wenn ihr irgendwo liegt, es ist dunkel und du hörst so dieses Leine... Und dann wird's ganz laut, wenn's am Rohr vorbei ist. Und du kannst nicht schlafen, weil du die ganze Zeit dieses dumme... Katastrophe. Möchten Sie vor dem Department of Justice, äh, halten oder hinten im Parkhaus? Was ist Ihnen lieber? Äh, halten Sie vorne. Und packen Sie nach hinten um. Alles klar. Gut. Danke. Sehr gerne. Sind Sie bei den Staatsanwälten oder im DOJ? Ich bin, ich bin da im Empfang, aber hier ist keiner. Ich bin ja alleine. Aber ich bin im PO, also im Prosecution Office. Dann kommen Sie rüber zu den Staatsanwälten. Bei dem kleinen. Da, wo wir... Ne, das ist ja das Prosecution Office. Ja, richtig. Alles klar. Gut. Dann komm ich mit rein. Gucken Sie mal, ich hab hier was in den Schränken gefunden. Ach, Sie meinen die Marken? Ja, richtig. Für die Staatsanwälte, wenn die vor Ort sind. Genau. Können Sie dann rausnehmen. Da war so ein paar Sachen drin. Soll ich das da reinpacken, oder? Übergeben Sie es am besten den Staatsanwälten selber morgen. Alles klar. Das mach ich. Hab schon gesehen, Besprechung haben wir. Genau. Haben wir das in den Kalender schon eingetragen? Das steht schon drin, ja. Sehr gut. So, haben wir noch irgendjemanden im Büro hier? Äh, hier ist niemand. Warst du bei den Parkrangers? Ja, wir haben uns da oben mal ein bisschen umgeschaut. Äh, was die Situation angeht, aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt alles ganz ruhig. Und die Leute versuchen sich natürlich zu finden. Ich muss mal kurz an den Rechner gehen. Wir haben auch schon die erste Akte, die abgeschlossen wurde. Also, oh Gott, wer hat das denn hier zugestellt? Irgendwer hat das Angebissen da. Schauen wir mal. Genau, wir haben morgen 19.30 Uhr Besprechung und wir haben Akten jetzt, genau, schon eine beschlossen und morgen werden wir dann besprechen, wie die Akte übergeben werden muss, damit die Staatsanwälte eine eigene Linie haben, die auch veranschlagt werden kann. Ja, gut. Erpresser, Ausgabe als Officer, Körperverletzung, Raub, Raubüberfall, Geldtransport. Wahnsinn, was ist denn hier los? Geldtransport überfallen? Das ist doch vielleicht sogar was für Gericht. Voll maskiert, nicht identifiziert. Aussage James Bradford aufgenommen, P.D. Burke. Leute werden beim Geldtransport gesucht, ich wurde angestellt. Bin Ammunition angefahren, bin rein. Zwei Leute sind hinterhergekommen, haben mir Messer an die Kehle gehalten, musste das Geld abgeben. Geld war in Kassette gesichert mit Farbbomben. Aber etwas Dunkeles war ein BMX und ein Roller, sind dann in Richtung Süden abgehauen. Okay, Vollvermummung, das kann man relativ schnell zumachen, ja. Da, wenn man keinen hat? Müssen wir uns dann auch Gedanken darüber machen, wann wir entscheiden, welche Akte zuzumachen? Ja, die Frage ist, wie kann man das entscheiden? Das, denke ich mal, wenn der Staatsanwalt da keine Verstöße sieht, wenn er das gedeutet hat. Naja, die Problematik ist, wenn wir eine Vollvermummung haben und was anderes, die Personen dazu sind, dann müssen wir ja irgendwann entscheiden, dass diese Akte, also wir müssen uns eine Frist einfallen lassen. Dass das innerhalb von so und so vieler Zeit ausläuft. Also ich würde ja sagen, bei so Tatsachendelikten sollte dann nicht mehr als 48 Stunden vergehen, wenn nicht sogar 24. Also sowas wie, man hat jetzt Drogen dabei, das kann man ja nicht leugnen. Ja. Dann muss die Akte schnell zugehen. Das ist ein Tatsachendelikt. Naja, darum geht es gar nicht. Es geht eher um die Tatsache, dass es ein unlösbarer Fall ist. Wir haben jetzt hier beispielsweise das mit dem Geldtransporter, ja. Ach, das ist gegen unbekannt? Das ist gegen voll unbekannt. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie schnell oder wie langsam sind solche Fälle ermittlungstechnisch abzuschließen und oder wie sind die Abläufe? Also das ist halt auch etwas, das man klären muss. Haben wir eine Verjährungsfrist im Gesetz? Ja. Ich glaube schon, ne? 30 Tage ist es, glaube ich. Aber das heißt ja nicht, dass wir ja nicht voll dicht machen. Ja, das verjährt nicht. Hätte da die Idee, dass man vielleicht das Ding zumacht und wenn man irgendwann wieder Erkenntnis hat, also nach einer Woche vielleicht zumacht, wenn man wieder Erkenntnis hat, innerhalb der 30 Tage kann man es immer wieder aufmachen. Hm, schlecht. Oder wollen sie die 30 Tage auflassen und dann sich machen? Und da vielleicht ein Tag hinsetzen in Ermittlungen, weiß ich ja nicht. Okay, wenn wir ein unbekanntes Tatsachendelikt haben, dann muss das übergeben werden an eine Ermittlungsbehörde, beziehungsweise ein Staatsanwalt muss das anlädzen. Ja. Das wäre so die Idee. Und dann bleibt das 30 Tage offen und wenn man da nichts hat, dann zum Tag 31 dicht machen. Okay. Das sind dann auch Abläufe für das Department. Ja, genau. Okay. Was haben wir denn da drüben? Meine Herren, können wir Ihnen helfen? Ja. Mr. Vian Kühl, guck mal kurz. Ja, ja. Hm. Also 30 Tage und dann zu. Ja. Natürlich, wenn es nicht unbekannt ist, muss man sich andere Fristen setzen. Das ist, denke ich, mal klar. Ja, die betreffenden Beamten müssen da hinterhergreifen. Das ist ja eine Ermittlung. Also solange das nicht übergeben ist. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Der Herr mit den roten Haaren hat gefragt, ob er den Vorhof kehren darf und dafür eine kleine Entlohnung haben dürfte. Sofern es natürlich für Sie okay ist, sonst... Sir, kommen Sie mal rüber. Sie, ähm... Ja. Einer von Ihnen trägt keine Schuhe. Wollt mir geklaut, Sir. Weiß ich nicht. Der hat sich mir gerade angeschlossen. Achso, den kennen Sie nicht? Den jungen Mann hier? Ich hab's vor fünf Minuten kennengelernt. Ich bin der Dude. Okay, ähm... Hallo. Aber Sie sind, Sir, wie hieß Ihr Name? Ich bin Maximilian Markow. Mr. Markow, Sie bieten Reinigungsdienste an, habe ich das richtig verstanden? Naja, ich sei obdachlos und wir laufen hier rum und fragen, ob ich ein bisschen Essen trinken für ein bisschen Gegenleistung, wie einmal hier putzen, fegen die Straßen oder auch mal Täler waschen. Okay, Sie sind obdachlos. Man muss halt gucken, wie man überlebt. Ich auch, aber ich will nicht arbeiten. Ich will einfach so das Geld. Okay. Mr. Wie, gleiten Sie den Dude mal bitte nach draußen? Natürlich. Monsieur, werden Sie so freundlich und werden mir einmal folgen. Okay. Okay. Und Sie wollen für Ihr Lohn und Brot arbeiten? Ja. Ist aber nicht so einfach gerade, weil mein Ausweis und mein Bankkonto liegen noch bei meiner Familie und ich habe jetzt einen Anwalt gefunden hier, der das machen und das Geld dafür haben erspart erst mal. Okay. Werde das dann einklagen. Ich habe hier nur meinen Führerschein dabei. Ja, dann hier nehmen Sie 500 Dollar und fegen Sie den Hof. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Haben Sie hier einen Besen? Ja, natürlich. Warten Sie mal kurz. Ich höre dir mal kurz. Denke ich schon. Vielen Dank. Fingen Sie den Hof und wenn Sie das gut machen, dann können wir da über eine feste Arbeitsstelle für Sie reden. Vielen Dank. Dann müssen Sie aber auch beweisen, dass Sie arbeiten wollen. Der amerikanische Traum. Ich möchte arbeiten. Das ist halt einfach nur, ich kann halt keine angemeldete Arbeitsstelle derzeit haben, weil ohne Ausweis und ohne Bankkonto darf ich nicht arbeiten. Genau. Da dürfen mich keine einstellen. Dann machen wir das so, wie es für unsere amerikanischen Urväter üblich ist. Den hier können Sie nehmen, bitteschön. Wir nehmen die Illegalen und lassen Sie für uns arbeiten, damit Sie dann eventuell aufsteigen können mit dem Traum und den können Sie hier verwirklichen. Vielen Dank Ihnen. Ich kümmere mich dann vorne einmal um den Hof, auch die Promenade. Wenn Sie es schaffen, ja. Alles klar. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Viel Erfolg. Der amerikanische Traum. So ist das für unsere Urväter auch abgelaufen. Die sind hergekommen, hatten keine Pässe, nichts. Und je nachdem, welche Hautfarbe sie hatten, mussten sie solche Tätigkeiten verrichten. Gab es damals noch keine Pässe? Die kamen doch erst jetzt eher so 20., 21. Jahrhundert rum. Ja, aber in dem Fall musste man ja trotzdem irgendwer sein. Ja, natürlich. Und man musste die richtige Hautfarbe haben. Ui. Amerika. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn man weiß es. Richtig. Zumindest. Ja, lassen wir das. Da gibt es keine Zusätze. Ich wollte es gerade wieder schön reden. Okay. Das sieht ja heute mal sehr gut aus. Ich denke, für morgen ist die Linie klar. Ich denke auch. Ein paar Staatsanwälte werden hier sein. Hawkins, rufen Sie nochmal rum und sagen Sie, okay, für heute ist der Chief Justice raus. Alles klar. Wir werden uns dann morgen bei dieser Besprechung nochmal sehen und gucken, wie sich alles zusammenfällt, damit ich dann irgendwann auch meinen Hobbys nachgehen kann. Perfekt. Eine Sache habe ich noch. Ja. Und zwar, das liegt hier in dem Karton. Ja. Wollte ich mal wissen, wie das ist, ob wir die Sachen auch rausgeben dürfen. Und zwar habe ich hier diese Westen gefunden. Gucken Sie mal. Finden Sie die? Das ist wahrscheinlich, wenn man irgendwo mal auf einem Einsatz ist oder so. Ja, das würde ich die Staatsanwälten schon geben. Alles klar. Gut, gut. Würde ich den Staatsanwälten schon geben. Dann gebe ich das so weit raus, dann reiche ich die Kiste morgen rum. Genau. Super. Fantastisch. Hervorragend. Dann sage ich Bescheid, dass sie außer Dienst sind. Alles klar. Gut. Wie, wir sehen uns morgen, ja? Ui. Sie machen Feierabend. Korrekt. Ah, schön. Läuft gut an. Ich kann euch jetzt vielleicht nochmal erklären, warum ich mich dazu entschieden habe, Chief Justice zu machen. Für den Fall, dass ihr es nicht mehr wisst. Wir haben am Ende der letzten Server-Episode ein Szenario gehabt, wo eine Gruppe von Kriminellen, man könnte sagen, man könnte sagen, hingerichtet wurde, ohne jegliche Konsequenzen. Und das möchte ich persönlich jetzt mal mitgestalten. Das bedeutet, langfristig gesehen ist der Chief Justice-Charakter ein Charakter, der an der Position ist, um Kontrolle zu üben, wenn irgendwo was unkontrolliert stattfindet. Das bedeutet langfristig aber auch, mal gucken, was noch so geht.